Dazu gehört auch eine angemessene Kleidung. Außerdem sollen Kinder und Jugendliche in der Schule auf ihr späteres Berufsleben vorbereitet werden. Jogginghose im Sportunterricht und in der Freizeit ja, im allgemeinen Schulunterricht nein. Die Wiener FPÖ wird einen diesbezüglichen Antrag in der nächsten Sitzung des Wiener Gemeinderates einbringen, so Kraus, der darauf verweist, dass ein Jogginghosenverbot in Privatschulen bereits üblich ist. Außerdem verlangt Kraus von Bildungsstadtrat Wiederkehr, ein Konzept für Schuluniformen auszuarbeiten. Eine Schuluniform stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl und verhindert oft auch Mobbingvorfälle. Selbstverständlich müssen diese Uniformen von der Stadt Wien finanziert werden, damit es zu keiner mehr Belastung für Familien kommt. Aus Ländern wie Großbritannien, Japan oder Australien ist die Schuluniform nicht mehr wegzudenken. Daher sollte eine Einführung auch in Wien geprüft werden. Erklärte Wiener FPÖ-Bildungssprecher. Jogginghosen sind wie der Name schon sagt Funktionskleidungsstücke, die zum Sport oder für die Entspannungsphase danach getragen werden, sagt eine Sprecherin der Deutschen Kniggegesellschaft. Sportler tragen auf dem Sportplatz ihr Trikot als Arbeitsuniform und nach getaner Arbeit die Jogginghose in ihrer Freizeit. Schulzeit ist Arbeitszeit, daher hat die Jogginghose dort keinen Platz.